ja hallo herzlich willkommen da sind wir wieder malzeit schutzke eine weitere runde und da müssen wir mal jetzt die ketten hier zusammen klauen wir sind mal gespannt ob wir denn jetzt wir müssten ja also das müssten wir aber moment mal zack 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 um die bumm in shit daraus hier schon wieder so ein stein klumpen sitzt niemand um die ecke immer nur der liebe helm stein klumpen hier wie viele wir können schon anbauen mit steinhaufen guck dir dann immer echt eine schöne steinbase haben auch noch nicht gebaut also kann man erst ab jetzt praktisch werden meistens haben auch noch brauchen wir noch einiges ja so reisen den ganzen schiss raus ich habe noch ein paar paar bärchen für dich hier weil wie sie sehen können man jetzt bei kraften den stonecutter bauen und damit geht es los du musst wieder eine tierchen ja ab farmen die luigi kommt hier nur sechs stück davon haben wir so viele mittlerweile zack zack so jetzt wollen wir schauen jetzt schauen wir mal schauen wir mal wo ist der blasebalg da ist er was homo nicht ihr ketten homo nicht ich habe eine kiste noch nicht aufschlusszeuger geht so sehr gut habe schon wieder den buff gezündet für die katz und die ketten sind nicht da wo sind die fucking ketten nicht in meiner kiste da sind sie hab sie so die fucking ketten die genannten fucking kette herr Likeos war noch ein ganzes feld der neun wird man sehen wir dann müssen wir 10 davon bing 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 obых bing einholz hier ist holz da werde ich von brauchen erstmal hier wir der anwerfen so und hier und jetzt hier den scheiß endlich mal ändern das ganz furchtbare hässliche hässliche hässlich zeug ist das schön dreck warum ich werde ihn gebaut hat das war ja am anfang war der gut als provisorium aber wir müssen stehen lassen sonst das ist schlecht und sind es bricht ab da müssen da quasi gerade wenn den oder weichen doppelt geht dann müssen wir halt ein loch lassen so ja bleibt ein loch loch ein loch hält doch haben sie eben 100 möbelchen geerntet genau 100 fantastisch ja das soll schon was ist das denn wieso ist das denn da tut denn die hier rein nochmal nachsehen fragt mir bloß nichts von den blümchen weg die da stehen hinter eurischen annahme dass die nicht wichtig werden habe keine irre annahmen aus dem schritter spektakulum jetzt sind die feste da natürlich kacke gebaut aha kacke gebaut da haben wir es ja ja grünschwänzer sind schon wieder nachgewachsen hier schön für die grünschwänzer nee das ist nicht schön für die grünschwänzer wir brauchen nämlich die grünschwänzer von die grünschwänzer dann ernte sie kölz einstecken ist genug ich habe meine werkbank ja getan weil das blödchen nämlich hier so komisch dastehen das blödchen von dem schnamen üffre äh Necke, Necke, du lieber Schreck, da bleibt mir sehr viel Stücke weg. Ja, wir auch. Jetzt nix, weg damit. Weg, weg, weg. Oh je, ich trau gar nicht hoch zu kommen. Ich schau die ganze Zeit weg, weg, weg. Richtig. Es war hell, welcher Pavian geht mir hier auf den Wecker die ganze Zeit. Nein, 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 nein. So. So. Resting-Buff ist weg, verdammt. Scheißegal, Resting-Buff. Was? Gut angehört. Äh, ne. Ich hab's gesagt, ich hab's nicht zurück. Ja. Hahaha. Wer kriegt da die ganze Zeit auf den Latz, du? Nein. Ich lehne das ab, auf den Latz zu kriegen. Nein. Und so. Entschuldigung, das ist weg hier, das ist nicht weg hier, ja nicht. Ich dachte, das geht dann automatisch, aber nein, na gut, dann eben nicht. Weg, 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 die Scheiße, der Scheiße hier. Gelbe Blumen, Möhren, rote Pilze. 6 Mask braucht man für den Scheiße hier. Pilze, gelbe Blumen, Möhren, was noch? Disteln und Rüben. Jetzt haben wir durchaus keine Rüben, gell. Alle, alle eingepflanzt. Mist. Gib mir Rüben. So, es wachsen schneller. Eine Ackerei hier. Die Acker von Kimnekeise, äh. Oh, wie? Oh, 3, 3 habe ich genau angepflanzt. Könnte klappen. Äh, 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 ähm. Jo, 3. Ha, 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 ein Glück. Wollen wir noch warten, bis die Herbst sind. Die 1, 2, 3, die ich überhaupt angepflanzt habe. Das andere habe ich nämlich Samen angepflanzt. Na ja, gut. Müssen wir ein bisschen warten, dann mache ich jetzt mal... Hier oben hin. Was hier unten hin. Brauche ich nicht schon mal raussuchen, nachher. Ja. Jetzt. Genau. Mein Schau. Und jetzt. Äh, ja. Na ja. Jetzt. Jetzt. Dort hin. Und jetzt. Na ja, ist ein bisschen hoch. Wo? Müssen wir da jetzt einen anderen Popel hinsetzen. Echt der? We will see. Geh mal Holzhacken. Holzhacken. Holen wir mal den Holzhack auf Bass und hacken doch mal alle Bäume unten dagegen. Hacken sie. Dumme. Ah, dat ist nicht schön. Du pfiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiff ja das am stammen wollte mich um eine karre jetzt weiß ich richtig aus den regen genau die linie die linie die linie hier nein nein habe ich gesehen ein popel aufpupeln den balken genau den ah da haben wir keinen balken mehr so 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 da haben wir noch tschutschke ist nämlich chronisch unterholzt so jetzt sind wir gespannt herrlich hast du denn wusste bei baffi und hast auch neue bäume gepflanzt nein wozu denn das ist doch alles voll der wird nur raubbau betrieben wie tragisch kommt doch nicht hier rüber geflogen mann die meine jetzt muss ich auch noch zu ende bauen jetzt wenn hell mal schön baut dann dauert das anführungszeichen nein schön in richtigen zeichen die kiss ist bisschen scheiße jetzt muss ich ehrlich sagen aber die feste sind auch scheiße kann man die versetzende nicht so gut wenn der linke den kannst du versetzen kannst du abbauen da ist noch zeug drin ist dann kannst du auch schon noch fatsch ist ansonsten geht das zeug verloren das wird ne 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 ist egal dann bleibt das ebenso durch kannst du das machen ja dann machen wir also du kannst hier nicht dahin bauen bitte nicht ja sehr gut hier stand ein dichterwald das sieht geil aus ja als wenn die orcs eingefallen werden ja schlecht geht nicht ich glaube du musst leider auf dem boden stehen ja jetzt wird hier langsam schlecht jetzt wird er langsam schlecht das hatte ich befürchtet hast du denn da zusammengebaut der Helmsteuer wenn dir schon schlecht wird jetzt notte ich bin noch reparieren ja hör doch mal auf entschuldigen ich bin am bauen ne ist entschuldige überhaupt nicht ich bin das mit dem firmen kackding da muss das hier stehen das kann doch nicht den linken kannst du weg machen ich hab gesagt der rechte ist noch nicht fertig da ist noch zeug drin wenn den jetzt abbaust ist das zeug weg lächerliche ausreden den chinesischen ja ansonsten kannst du die uhr hinstellen die ganze ganz dort dann wegnehmen gerade jetzt nicht wenn sie nicht fertig ist gehen sie das mal bitte endlich niemals 150 170 habe ich gesagt da ist doch 170 frisches kamel jetzt mache ich mal hier einen gescheiten trick so 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 ganz ein halber sehen nix wie immer als dann guter man da ist wie herrlich ja leider ist ein bisschen doof hier ich weiß nicht wieso das länger ist aber das ist halt so gut da eben abgekürzt nützt ja nix auch mehr auch gar nicht hier brauchen wir kein dach alles haus reicht vollkommen hat er schon die lust verloren in seiner großen bauerei das geht ja nicht dilettant hat hier vorgewürgt ja ja ein halbes ding länger geworden gehen wir mal die karre sind halt ein teil bestehende tonn ach so und der länger geworden ist ja hier gucken schauen sie hier haben schon gleich schon was da angefangen haben weil hier passt hat ganz genau du nicht haben wir hier noch mehr anbau fläche aber ja wir brauchen wir die frage ist muss ich das haus weiter bauen und ich gucke mir hier habe ich schönen schornstein gebaut für den für den hier jetzt noch näher zusammen er steht noch näher zusammen ich stehe jetzt noch näher zusammen weil sie nämlich überhaupt nicht angefasst habe das sieht aber so aus falsche beschuldigungen natürlich schon die eisenbahn die werden hier rein ich habe gerade andere Sorgen gerade äh ich bin überlegen jetzt können wir mal ordentlich die bronzen zusammenschmelzen wie die verrückten hier wenn wir gerade mal hier sind ich stelle das hier denn vernünftig das ist leider ein bisschen kackig hier wird's lang letztes Mal sein denke ich schon naja was reicht so ne ja so das Fass ist fertig da steht äh Fermat Base Poise Done ja man muss das anklicken ne mach du mal man kommt das raus dann tust du das oben drüber in die Kiste ne die oben drüber die Kiste kommt ja weg ja da musst du die ausreiten das ist kein Problem zack ausgeräumt die Kiste ist ausgeräumt die Kiste wird abgeräumt und zwar jetzt bam so und jetzt äh versetzen sie mal ihre Fässer nach sollst du das erst leermachen? hm du hast gesoffen nein hab's nicht gesoffen und hab das leer gemacht da bitteschön mit denn jetzt ah so so hier kommt noch Lehm aus dem Boden ich weiß nicht wieso die Fermenter stellt jetzt woanders hin die Fermenter stellst woanders hin Fermenter stellst woanders hin ja mach mal hier noch 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 und noch 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 du wolltest jetzt bloß die Anbauteile hertun das kannst du doch schon machen nur äh ein Anbauteiler hin tun und außerdem äh muss ich grad mal die ganze Eisen und so umräumen halt mal ne andere Kiste weil hier nämlich kein das äh geht nicht muss woanders hin warte mal muss halt weg der Dreck so dann kommt jetzt da hin äh raus 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 der Scheiß so jetzt muss ich hier nämlich mal kurz umräumen zwischendurch hab ich die ganze Kacki immer in der Tasche wunderbar nein du dumme ich will umräumen 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 blüpp 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 was soll er das raus die Scheiße raus damit die Steine raus die Kohl ist toll die Kohl kommt hier rein so ist hier auch noch Metall drin muss ich gucken natürlich gleich nicht mehr muss ich auch noch nebenbei ich bin so arm von Holz nachfüttern hier oben hier oben macht auch und innen auch noch was kaputt mal geh hin äh wir gehen wie haben wir bei den langen Arschkamelle gesicht ein Rolladen ne nicht mehr so ab 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 oder hörst du das? die haben den ganzen Zäunen bei mir am draußen ne höre ich nicht hier höre ich nur zisch bumm paff zisch bumm paff so ist das Ding jetzt leer da ist leer da ist leer da ist kein Licht allererste was ich mache ist jetzt hier ein Brettchen dran würde ich ja gern oder hier auf halber Höhe ne einfach davor komm her crafting füße muckel füße muckel ach na das kann man auch oh 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 was ist das Ding da brauche ich zwei von der blaue scheiße haben wir nicht ne lalalala blaue scheiße hat er nicht kannst du machen was du blaue scheiße hat er einfach nicht richtig ne das machen wir so na weiss schon wer ob nicht der richtige Abstand war ich will sagen nein ich denk damals drüber nach halb das wurde ich schon abschneiden was ist denn keine Forge und kein Hort das Hort ist nicht mehr rausgekommen man hast du es aufgeraft na egal der Harts kommt nicht mehr mit raus da hatte ich genau genau das selber hatte ich gerade auch hab ne Fackel abgebaut oh merkt man fehlt sagt so das ding ist leer wunderbar weg mit dem scheiß okay also da kommt wieder wer kriegen jetzt rennt weg jetzt will ich für die tür kommen hause ab die penner fischer auch der musik von der fortgebäude an der scheiß moment und das zählt mal ohne er kannst du doch gleich ja ich wollte ja auch ganz muss jetzt gleich erst mit den kohle einmal abbauen und fort kühler muss ich leider mal kurz ab und wenn man es nix und muttert wird damit jetzt sind wir alles umbauen alles umbauen drafting das ding wieso kannst du dich nicht hinstellen wegen denn das zu viel erde ich kann nicht ja ich habe keine hacke und ich bin gerade mega überladen kannst du mir mal bitte gerade ja das war 0 0 in den dorthin ja natürlich die hier ganz traurig traurig da hinten da den boden da drinnen das hast du schön gemacht ganz fein jetzt hast du den boden erhöht und entschuldigen sie ich traue mich meine samen mit durch gerade so hier liegt irgendwas ein stein oder so ein kack der licht immer ist immer noch ich kann nicht dann immer noch nicht was kannst du nicht daheim ich kann das ding nicht hinbauen wegen diesem einen guck mal hier ist noch ein popel rausguckt doch das ding wollen stellen kann ich nicht gut ich kann daneben stellen ich kann hier hinstellen überall wo der dreckpopel ist kann ich nicht was möchtet was möchtest du ein addon zu diesem ding hier ja ja das kannst du nicht so nah dran stellen wir brauchen mindest abstand das ist das ganze problem bei den dingern deswegen brauchst du da sehr viel platz wenn du eine schmiede baust alles glücklos du kannst du überall hinstellen aber nicht nah an die werkbank mann moment das kriege ich geregelt jetzt habe ich wieder alles ausgesucht zu 1 und kotzen scheiß kriegen wir geregelt das geregelt das war ja super gelacht das war ja hohoho dann gib mir her den scheiß was ist das hier für ein klotz den anwilder kommt jetzt auch noch weg element scheiß dreck so jetzt sind wir mal gespannt hier steht irgendwas rum ne die schmiede kommt anders ich muss weiter hinten oder so mehr mittig ähm als allererstes kommt jetzt den scheiß dahin ne so und jetzt habe ich nämlich alles abgebaut jetzt weiß ich wo dann da liegt die dumme sau und zwar genau das was Schütschke gesagt hat nein natürlich nicht das behauptest du jetzt ja tue ich auch so und jetzt muss ich den doofen Anvil wieder dahin machen wo ist er da ja der Blasebalk da muss so gebaut werden dass da drauf zu sind ja genau aber ich glaube die anderen müssen nicht so gebaut werden nach einem bestimmten Schema es ist bloß das Ding im Prinzip die die das Wort quer stellen können in dem Blasebalk an der Wand lang dann gehen wir weiter so dann aber ja wurscht mach doch erst mal ne Kiste und das alles rein da brauchst du dich aber rausschmeißen ey Rübchen sehr gut Rübchen 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 jetzt kann ich endlich mal dieses scheiß Gewürzregal bauen gewürzregal hier noch egal gewürzregal hier noch egal gewürzregal noch egal gottseidank den beknackten Anvil habe ich jetzt da sitzen wie lange habe ich denn ihr die scheiße gepfummelt denn nuh 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 so jetzt können wir Würstchen bauen wir haben Gewürstchen bronzenägel ich kann immer noch nur bronzenägel ne iron nägel so jetzt richtig fette Würstchen können wir jetzt machen Würstchen Würstchen schöne Würstchen oh und aus dem gelben Us kann man geiles Zeug machen aus dem Mag Shake hat 50 Stamina love shake baby love shake und rüben Eindopf 18 Gesundheit 55 Stamina so und schwarze Suppe klingt sehr jeglich hat aber 50 Gesundheit 50 Gesundheit ein Rübe, ein Honig, ein Blutback und halt 20 fucking Minuten mit 3 HP pro Tick krass ey krasser Scheiß alter rüben Hammer, Honig Hammer und Blutbacks kannst du formen an die Ekels da oh Holz so farb jetzt was nie das groß ist aber es ist ja nicht wo ich es versteckt habe ich dachte nicht dass das in der neuen Kiste dort über der Fackel ist gespät habe ich schon naja da hast du gecheatet wie immer wie immer noch der halben Stunde ach ach nie du du distel mir noch raus was wieder raus da er von und schudt jetzt kommen sie mal her jetzt können sie ihre hinstellen hast du hast du du hast immer noch keinen zweiten öffnung stellen bleiben sie cool frechheit wir sind schon bei 36 minuten auf den platz wir sind bei 36 minuten wieso sagt keiner wir müssen nur kurze pause machen ja umbauarbeiten sind noch nicht fertig aber der weltbester helm macht weiter mit seinen fantastischen umbauten fantastisch vor allen dingen weil das da braucht man viel fantasie und genau genau hast du ja nicht deswegen muss ich das ja machen so daumen hoch bis zum nächsten mal macht's gut bei bei tschüss